Guten Tag. Wer sich in der Landschaft der Volkslieder und Lebensweisheiten etwas auskennt, wird es kennen. Mein Hut, der hat drei Kreise. Drei Kreise hat mein Hut. Und hätte er nicht drei Kreise, dann wäre er nicht mein Hut. Kennst du das auch? Das kenne ich auch, ja. Mein Hut hat allerdings fünf Kreise. Ja, das ist aber ein runder Hut. Ja, ich bin halt schon in der nächsten Grafikgeneration. Du meinst, der hat ein Upgrade erfahren, dein Hut? Richtig. Ja, jetzt schwebt er immer so zwei Meter über dir. Ja, weil er so voll abgehoben ist. Worum es eigentlich geht, es geht nicht um Kreise. Es geht auch eigentlich nicht ums Dreieck, aber trotzdem hat uns der Dreieckskreis etwas eingeschickt. Und zwar den Peter, der Together gerne geletzt werden will. Boah, das klingt jetzt seltsam. Das klingt seltsam, ja. Seltsam, kann man eigentlich so stehen lassen. Aber ich finde auch ein bisschen... Es kommt so ein bisschen wie neun live ab... Gibt es denn überhaupt noch? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ab 23, 24 Uhr oder so. Nee, das ist was anderes. Der Peter möchte Together geletzt werden. Das können wir ja nicht bringen hier. Das können wir hier nicht bringen. Nee, 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 nee. Also, wir letzen den Peter jetzt aber trotzdem together. Vielleicht kriegt er gleich ein kleines Letzchen um. Oder ist es nicht genau? Genau, es ist ganz, ganz unschuldig. Haben wir uns nochmal hier ganz unverfangen aus der Sache heraus geangelt. Richtig, es geht hier um den Letzchen. So, let's Peter together. Yeah. Hi, Steam Map. Und die spielen wir jetzt, ey. Yo. Crazy. Total tight. Ja. Ja. Hi. Hallo. Ich verstecke mich hinter dir. Ich habe Angst. Ich habe im Ladescreen schon Türme gehört, die geschrien haben. Wo ist denn mein Partner? Was? Wo ist denn der hin? Ach, da ist er. Ja, hi. Äh, hallo. Oh. Das ist schön, ich winke und du rennst einfach weg. Gut. Ähm, oh. Hi. Hahaha. Wollen wir das synchronisieren? Ne, du bist... Ich finde schon... Äh? Au. Ach, hier sind die ganzen Türmeis, die geschrien haben. Soll das so sein? Muss das so sein? Ich bin mir nicht sicher. Par... Du machst eine Parade. Kann man da hoch? Ja gut, man kann... Klar kann man da hoch. Indem man hier... Ich kann man da hoch. Ich bin oben. Ich bin unten. Ich unterbinde das mal. Ich bin oben. Das ist auch schön. Ich bin unten. Guck mal. Ja. Hier ist es ein Paradoxon. Wenn ich hier in dem großen Raum unten bin, bin ich eigentlich in dem großen Raum oben. Verstehst du, was ich meine? Also ich falle nach unten, aber bin dann oben. Ich verstehe, dass du seltsame Sachen da machst. Ich aber auch. Haha. So. Ist ja schön, was du da machst. Ich finde, dass ich kann das den ganzen Tag machen. Ja, das merke ich schon. Jetzt nicht mehr. Unten und gleichzeitig oben. Ich bin dafür, dass darüber eine Doktorarbeit geschrieben wird. Au, au, au. Über gleichzeitiges Oben sein. Und unten sein. Das kann bei anderen Situationen auch noch ganz spannend werden. Ah, ich schwebe. Oh nein, ich will gar nicht. Ich will gar nicht. Ich will nicht. Ich will eigentlich auch nicht, aber... Ah. Vor allem deswegen. Ich dachte mir schon, das wird nicht für die Ewigkeit sein. Ja, ist ja schön. Zerpauts. Zerpoin. Und hier? Passiert nix. Zerpril. Warum passiert hier nichts? Ich, äh... Äh... Da unten. Wir können... Ach, hier können wir gar nicht einfach hin. Du geh mal da auf die andere Seite. Bitte. I'm on the other side. Ja, ich habe gedrückt. I don't see anything. Nee. Wenn du bei dir drückst, dann fliegst du weg. Das hatten wir ja schon. Ja. Haben wir hier oben denn noch irgendwas, was sinnvollerweise hier benutzt werden könnte? Da unten ist auch alles. Man könnte... Haben wir irgendeinen Würfel hier? Du, 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 du... Ach what. Das ist doch mal. Funktioniert das nicht, wenn ich jetzt hier drauf drücke? Ähm... Das? Dann schwebe ich darüber Und sobald der Knopf hochgeht Drückst du wieder drauf Aber ich schwebe ja mit Stimmt, dann müsstest du so timen, dass du genau dann hier reingehst In den PETA Sodass du genau ankommst hier, wenn Oh Ich bin auf dem Dingens hier drauf Auf dem PETA Ejector Hier Das ist ein neuer Schauspieler Was? Ich bin gerade in der Luft gehüpft Aha Hast du jetzt einen Doppelsprung bekommen Irgendwie ja So wie man das aus manchen Jump & Run kennt Habe ich freigeschaltet Ja Ich sag doch Upgrades Wofür ist denn eigentlich die blaue Suppe und Ich habe keine Ahnung Vor allem, wir kommen hier Kann ich hier drauf lang latschen? Oh ja Haha Ein Lich gefunden Aber jetzt kommst du daran nicht vorbei Oder kannst du auf die andere Seite hüpfen? Verdammt Hätte ja klappen können Also es ist komplett falsch, glaube ich Hoffe ich Aber es ist trotzdem eine Also es wäre sehr gemein Aber ich meine Es könnte vielleicht einen Grund haben Dass es hier andersrum angebracht ist Als auf der anderen Haha Seite Ist auch schön hier unten Auf der anderen Haha Seite Ja Hast du das nochmal Hast du es jetzt auch gemacht? Ja Nein Wir machen ja eine Challenge aus Dingen Die eigentlich gar keine Challenge sind Ja natürlich Man muss ja auch mal Seine 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 Entertainment Intaktos hier hoch bringen Ah verdammt Ich hätte springen sollen Gut Wollen wir was anders probieren? Wieso Jedes Eigentlich nicht Was? Ach nix Ach verdammt Ich glaube das wird so nix Wobei einmal Reizt mich echt so ein bisschen Ich würde das schon gerne Ja Dann tu es einfach Komm schon tu es Man lebt nur einmal Ah verdammt Es fehlt immer nur so ein ganz kleines bisschen Ich schaffe es Ich lege Oder ich muss Oder ich muss Oder ich muss Vielleicht liegt das ja auch daran Ich würde ja gerne Anlauf nehmen mit Shift Aber Ah verdammt Das ist aber auch knapp Ja Aber wie könnte man es denn sonst Noch regulär schaffen Ich gucke mich mal ein bisschen um So okay Der Raum hat sich nicht geändert Nee Aber wir sind auch sehr Am Anfang jetzt Das kann doch noch nicht hier Aber wie Haben wir noch irgendwo Also mit der Soße Was soll das Ganze? Das weiß ich auch nicht Wir haben hier nix zum umdrehen Wir haben hier nix zum Machen Wenn ich Was wenn ich? Wenn ich mein Schwebst du Oder ist das andere Dann auch aktiv Wenn man hier Ja wenn du Ich 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 So Ich schweb nochmal hier durch Das ist nur wenn beide aktiv sind Okay Weil wenn ich jetzt hier drücke Dann passiert erstmal nichts Geh nochmal runter Bevor es zu albern wird Einfach mit 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 ducken Mit ducken? Ja Drück nochmal bei dir auch Auf der anderen Seite Ja Weil das Wenn ich hier drücke Dann passiert das nicht sofort Dass hier gepetered wird Hilfe Hier wird gepetered Ich bin Hilfe Ja Hier ist ein Prisma vor mir Wahrscheinlich war das nur Nicht lang genug Ich bin tot Wir müssen zeitleichter drücken Dann reicht es wahrscheinlich Gerade so bis da hinten Ja Und dann müssen wir beide schweben Ich fand unseren anderen Lösungsweg Aber eigentlich schöner Gut Okay Äh Countdown Ich mach nen Countdown Achso Schwebst du? Ich schwebe Aber ich Verdammt Ich lecke ein bisschen Ich werde immer ein Stückchen Wieder zurückgesetzt Ob es trotzdem reicht Komm schon Oh ja Der Boden hat sich geöffnet Ja Ich bin unten Schön Ich nicht Das ist ja mal Jetzt bist du erstmal dran Du darfst mich hier gerne öffnen Du hast ja ein Prisma, ne? Ja Da ist ja ein Laser, ne? Ja, 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 ja Damit kannst du jetzt mal das Viech da wegbatzen Wegbatzen Das ist ein Knopf Jo Ach Sehr stilvoll Pam Hat gewackelt Ich drück mal hier drauf Was passiert Nichts Doch Das Prisma geht kaputt Ich bin durch Ich bin durch Ich bin Das war knapp Wobei Hätte ich auch wieder rumgehen können Ähm Okay Okay Hier ist ein Knöp Hast du da auch noch Der geht auch noch der Pater an Was wolltest du gerade sagen? Hast du hier noch Hast du noch irgendeinen anderen Knopf Damit ich hier durchkomme? Ich habe gerade irgendwo gedrückt Aber das ist was da noch passiert Mal nochmal Ich könnte sterben Das bringt uns wenig Ich könnte wahrscheinlich Kann ich da oben hin Komm ich nicht durch Äh Was haben wir denn da Hier könnte ich auch nochmal sterben Ha Ich kann hier noch was machen Was denn? Kann ich doch nicht Ich habe gelogen Entschuldige Lügner Wir schießen ja noch zweites Schießt bei dir auch Auch noch was Ne Bei mir schießt nix Achso Ist ja zum schießen Haha Ähm Ach da unten Was ist denn da oben? Ach ja Ist das Ähm Wie kann Ähm Kannst du Hast du bei dir noch Einen Knopf oder sowas? Oder irgendwas Was man mit dem Laser aktivieren kann? Ja Hier ganz hinten Aber das kann Da komme ich nicht ran Dafür muss ich in den nächsten Raum Achso Wieso du hast doch Portale Ach ne Kannst du ja nicht Ja Hier ist die Glaschein Ja Oder kann ich dir irgendwas setzen An welche Portale? Zeig mal auf die Wand Guck mal Da kann ich hin Die Okay Äh Da hin Und Ein bisschen weiter Nach da Da So Oder noch Ein weiter Könnte Doch Müsste hin Hauen Und wo noch Deneben Dort Ja Au Verdammt Jetzt mach dich nicht kaputt Ich brauch dich noch Oh Ist was passiert Äh Ein Würfel Ich meine ein Ball Ein runder Würfel Ja Aber Wo Brauchte man den Da nicht Hast du denn bei dir Irgendwo ein Behälter Ne Ne Ich bin hier Ich bin hier jetzt Eigentlich so Ziemlich am Ende Mit dem was ich Tun Was ist hier nochmal passiert Das geht hier auf Das ist okay Und hier bei dem Knopf Das ist was Prisma Richtig Ich erinnere mich Prisma Na komm Wenn ich mich hier drauf stelle Passiert eigentlich nur Dass da hinten Ein Fehler passiert Im Spiel Mein Ball ist weg Aber das aktiviert ja Eigentlich jetzt nur Den Peter hier Okay Hm Komisch Ja Das ist mir nennen Dass die Gegenstände Einfach plötzlich Weg sind Weil was anderes Ist Das ist Manchmal etwas nervig Achso Ich habe Eine Ich habe eine Idee Hier Um nicht so Übertrieben zu klingen Ja So Und dann hier Und dann Zack Und weg ist das Ding Geil du ne Dass auch keiner Aber was passiert ist Was ist denn Du hast bei mir gelinst Ich habe bei dir gelinst Wie so ein alter Linseneintopf Geschmummelt So Ich Drücke Ja Ja Geschmummelt Yippie Oh Hier ist auch ein Freund Da Würfel Wo bist du Da unten Ja Ich Kann ich Da sehen Oh Hier brauche ich Würfel Ich bin jetzt genau Hier drunter Kann ich doch hoch Ja oder kann ich doch Kann ich doch hoch Da ist sogar Eine Fläche Die Beballt werden muss Nicht sterben Das hätte ich nicht gut gefunden Ich kann das Ding einfach weg Aber jetzt ist hier das andere zu Verdammt Wo bist du denn überhaupt Mach mal ein Zeichen Hier Hier drunter quasi Ach da Ah der Wald ist weg Verdammt Dann wird doch gleich wieder weg sein Toilette ist auf der anderen Seite Ich muss mir den hier unten abgreifen Nein nochmal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020